Wir sind gerade live an der U-Bühne, der Ralf wusste gar nicht, dass ich jetzt filme. Aber er wollte unbedingt noch gefilmt werden, bevor das Festival losgeht. Ich frage dem Mann nichts, der lügt. Worauf freust du dich denn besonders an diesem Festival? Ich freue mich, wenn es dann regnet. Das ist super. Und wir gehen raus und freuen uns auf ein wunderschönes Umsonsten draußen 2007.